Rente mit 63, kann mein Urlaub verfallen, wenn ich in Rente gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Auf RentenBescheid24 ist wieder eine ganz interessante Schnellfrage eingegangen, und zwar mit folgendem Inhalt. Ich werde am 1. Oktober 2021 meine Rente beanspruchen und mit 63 Jahren in Rente gehen und meinen Job beenden. Aufgrund vieler arbeitstechnischer Umstände kann ich meinen Jahresurlaub 2021 bis zum Rentenbeginn nicht nehmen. Ein Gespräch mit meinem Chef brachte keine Klarheit. Er sagte, da hätte ich Pech gehabt, wenn ich den Urlaub nicht nehme, dann verfällt er mir. Denn ich würde ja bei ihm dann auch nicht mehr arbeiten. Stimmt das wirklich, dass mein Urlaub verfällt? Natürlich nicht, meine Damen und Herren. Der Urlaub verfällt nicht. Wenn Sie Ihren Urlaub bis zum Ende des bestehenden Arbeitsverhältnisses nicht als Erholungsurlaub nehmen können, dann ist zwar der Erholungsurlaub als solcher weg, den können Sie natürlich nicht mehr nachholen, aber Ihr Urlaubsanspruch wandelt sich um, und zwar in einem sogenannten Urlaubsabgeltungsanspruch. Man könnte sagen, aus dem Urlaub wird dann Geld. Ihr Chef muss Ihnen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn Sie bis dahin den Urlaub nicht nehmen konnten, in Geld auszahlen. Aber natürlich nicht den vollen Urlaubsanspruch, sondern immer nur anteilig vom 1. Januar bis zum 30.09. Daher mein Tipp in solchen Fällen, einfach nochmal mit dem Chef oder mit dem Personalamt reden. Und wenn der sich nicht einsichtig zeigen sollte und Sie die Chance haben, dann nehmen Sie doch einfach Ihren Urlaub ganz normal als Erholungsurlaub, weil das kann Ihnen Ihr Chef nicht verweigern. Natürlich auch nur anteilig bis zum 30.09. Wenn der Chef, Firmeninhaber oder die Personalstelle sich immer noch auf die Hinterbeine stellen und sagen, nee, das machen wir nicht, dann ganz einfach schriftlich die Ansprüche stellen, und zwar nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann eine Klage einreichen vor dem zuständigen örtlichen Arbeitsgericht. Aber damit auch nicht zu lange warten, denn es gibt in vielen Arbeitsverträgen sogenannte Verfallsfristen. Das heißt also, Ansprüche könnten unter Umständen hier innerhalb von bestimmten Monatsfristen gestellt werden. Also da bitte nochmal in die Arbeitsverträge reingucken. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.